Heute dreht sich alles um die Zwiebel. Achim zeigt uns leckere Gerichte mit Philipp. Ist das der Hammer? Und jetzt kriegst du deine erste Ufjahre. Du baust uns jetzt mal was ganz Interessantes. Und zwar machst du uns mal eine Zwiebelsuppe. Die Zwiebel ist der härteste Gegner für mich in der Küche. Na dann, Philipp. Auf in den Kampf. Philipp? Ja, dann nehmen wir erstmal eine Zwiebel. Genau. Ist ja eigentlich für eine Zwiebelsuppe. Ich glaube, der Geschmack ist nachher sowieso ziemlich gleich. Genau. Nehmen wir einfach mal die hier. Sieht gut aus. Bevor Achim zeigt, wie die Zwiebelsuppe perfekt gelingt, darf Philipp sich ausprobieren. Toi, toi, toi. Ich habe hier eine Auswahl an. Falls du irgendwo saßt, pass auf, das probiere ich jetzt mal. Das zieht durch das Ding hier, dann hast du hier einen Zwiebelschutz. Ja, ich bin für alles dankbar. Ich nehme immer so eine alte Zwiebelbrille hier, ohne das Schnorchelgerät. Wenn das hilft, ne? Ja, dann kannst du sie behalten. Dann kannst du sie behalten. Schenk ich dir. Ja, optisch ist das schon mal genial, oder nicht? Das ist ein mittelschwere Teilheit. Also ich werde ein bisschen neidisch jetzt. So, Zwiebel, jetzt können wir sie ja schon pellen. Genau. Ach, weißt du was? Jetzt beschlägt das Ding hier schon. Das ist also Quatsch, wa? Ich zieh da durch. Ich zieh da durch. Nicht so schnell aufgeben, Philipp. Diese Schutzbrille wurde speziell fürs Zwiebelschälen erfunden. Jetzt siehst du ein bisschen aus wie Jan Ullrich, irgendein so ein Typ. Ja, jetzt geht das auch verdammt schnell. Pass auf, wir teilen das Ding in der Mitte. So, so, zack, zack. Wie klein wollen wir das haben? Die Zwiebeln sind schon mal im Topf. Doch was macht Philipp eigentlich mit Fleisch und Gemüse? Tomate ist ja auch, was wollte ich gerade sagen, für die Optik ein bisschen da, für das sieht da freundlich aus, wenn da eine Tomate drin ist. Und halt als Geschmacksträger, ein bisschen saftig. Ich wusste schon immer, dass ich gesagt habe, nicht Zwiebelsuppe an sich, sondern eine freundliche Zwiebelsuppe. Freundlich oder nicht, klein gehackt und rein in den Topf. So, dann können wir den eigentlich schon starten, den alten Ofen. Wie heißt der noch? Probieren. Das ist eine Zwiebel, Fleisch, Tomaten, Paprika, Pfeffer, Wasser und Salzsuppe. Aber das Wort Suppe war mit drinne bei dir. Oh Gott. Wir müssen das jetzt kurz mal ein bisschen köcheln lassen, damit sich auch die ganzen Geschmäcker entfalten da drinne. Da ist ja jetzt, da ist ja so viel dran, das muss sich verbinden, das muss miteinander klarkommen. Genau. Und danach ist noch die perfekte Zwiebelsuppe. Wir müssen auch erst mal klarkommen. Bitte servieren, Philipp. Für das Auge. Hier haben wir meine Zwiebelsuppe, die richtig genial schmeckt, die ordentlich Feuer hat und die in jeden Haushalt passt. Also ich bin nicht spannend. Achim, wie schmeckt die freundliche Zwiebelsuppe? Wenn du mal ganz ehrlich bist, schmeckt das jetzt nach Zwiebel? Weiß ich gar nicht. Gut, dann haben wir das Ziel erreicht. Du hast uns jetzt eigentlich, wie es nicht richtig geht. Und ich zeige dir jetzt mal, wie es richtig geht, okay? Gerne. Zwiebelsuppe vom Chefkoch persönlich, so geht's. Nach deiner kreativen Zwiebelsuppe, die letztendlich hier nicht gewesen ist, machen wir jetzt was ganz Tolles. Eine richtige Zwiebelsuppe. Genau. Nach Art der französischen Marktfrauen, das edelste, was die da jemals produziert haben. Und deswegen nehmen wir einfach mal hier diese wunderschönen Schalotten. Auf die Brille, fertig, los. Jetzt zerlassen wir diese Butter. Warum nimmst du denn jetzt Butter und kein ganz normales Öl? So, dann kostet mal. Ja. Na. Wonach schmeckt das? Nichts. Wonach schmeckt das? Butter. Also was nehmen wir? Ja, Butter hat jetzt ein bisschen Geschmack, ne? Wie schneiden wir jetzt die Zwiebeln? Prinzipiell muss man immer davon ausgehen, eine Suppe wird gelöffelt, ne? Ja, genau. Der Teil ist, der Durchschnitt dieser Zwiebelringe sollte also mindestens so sein, dass es nicht größer ist als der Löffel, dass sie drüberhängt, wo man sich sozusagen war. Im Gegensatz zur Haute Cuisine gilt die Zwiebelsuppe wegen der günstigen Zutaten als arme Leute essen. So, und jetzt machen wir ganz verrückt, wir stäuben das an. Ja. Das Mehl gibt der Suppe die nötige Bindung. Achim gibt noch Gemüsebrühe und Weißwein zu den Zwiebeln. Fehlt noch die Geheimzutat. So, ein bisschen Weißbrot. Und, wofür sind die Franzosen berühmt? Für den Käse. Na, siehste. Achim verwendet einen mehrere Monate gereiften Hartkäse. Das Brot brät er in Butter an. So, hört sich schon gut an? Hört sich noch nicht gut an? Hört sich gut an. So, der sieht gut aus. Und nun kommt zusammen, was zusammen gehört. Jetzt mal so eine Crotongröße. Die mit Käse überbackenen Weißbrotwürfel verteilt Achim gleichmäßig auf der Suppe. Und als Finish gehackte Petersilie. Fertig. Zufrieden? Total. Hast du gut gemacht, Junge. Nein. Nächste Aufgabe, Zwiebelringe. Die nehmen wir einfach. Die nehmen wir einfach jetzt. Einfach nur, weil die Größe ganz gut passt für Onion Rings, glaube ich. Onion Rings. Philipp schneidet die Zwiebeln quer zur Wuchsrichtung in Scheiben. Dadurch entsteht die typische Ringform. Also ein Onion Ring ist ja nicht nur eine Zwiebel. Da ist ja was drum. Ja. Was machen wir da rum? Wir brauchen Ei. Na klar, Ei bindet schließlich gut. Alter. Was? Ich hab nicht mehr da Paniermeer gehört. Zum Beispiel. Kann man da einstrollen, bisschen durchrühren. Das ist genau richtig. Ähm, ja Philipp, wenn du meinst. Hier, siehst du, wie das schon brät hier drin? Ich weiß nicht, ich verrühre das gleich noch alles. Und dann greift jeder, dass ich davon noch ein bisschen was ab hier von den Zwiebeln. Ruhig den, ruhig den, das Fett ein bisschen mit auf den Teller. Genau, damit das ein bisschen Aroma kriegt. Jetzt, damit das ganz kurz ein bisschen leichter den Rachen runter geht, nehmen wir uns ein bisschen Senf. Ah, das hast du aus der Sterne gestern, oder? So, jetzt isst du das, oder? Das ist das. Essen schlicht hin. Ha? Ja gut. Ja? Das geilste ist der Senf. Ja, weil der glücklicherweise fertig war. Gut, Philipp, das sind keine Zwiebelringe, keine Onion-Rings, das ist ein Rührei mit Zwiebel dran. Ja. Teilweise, oh, du wirst schon, warum das runter wurde. Das liegt. Ja. Und jetzt zeig dir mal, wie das richtig geht, okay? Ja. Achim, zeig deine perfekten Zwiebelringe. Also pass auf, wir brauchen ein bisschen Speisestärke. Dazu Mehl, Ei und Bier, alles zu einem glatten Teig verrühren. Das heißt, du musst ordentlich rühren, das musst also richtig ein bisschen verkleben. Und jetzt zeig, nur ein kleiner Tipp. Wenn du so ein bisschen Grieß mit drin machst, war, Haber jetzt einen Grieß? Ja. Dann wird das alles ein bisschen crunchier. Wir brauchen so eine Scheiben. Da. Ja, drücken wir von Mitte nach außen und dann bleibt das auch rund. Zum Frittieren eignet sich geschmacksneutrales Öl. Das sollte nicht auf mehr als 175 Grad erhitzt werden. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, was der hier so zu geäulen hat. Das habe ich auch gelernt. Wenn er jetzt hier dran blubbern würde, wenn jetzt Bläschen an dem Holzstiel entstehen würden, dann hätte das irgendwie die richtige Temperatur. Okay. War das so gut? Ja, das war toll. Der Bierteig sollte nicht zu flüssig sein und die Zwiebelringe komplett umschließen. So lange frittieren, bis die Ringe goldbraum sind. Mhh. Zwiebelringe anschließend auf einem Küchenkrepp abtropfen lassen und schon kann losgesnackt werden. Ingetunkt und fertig. Zack. Achso, machst du das so? Jo. Das ist doch einfach. Mhh. Aber gut. Mhh. Weiter geht's und zwar mit Zwiebelkuchen. Jetzt kommen wir zu einem absoluten Oberhighlight. Na? Du, wie eine Zwiebel einen Angst machen kann, wa? Das ist jetzt ja gerade fest. Ja, das ist ja klar, wa? Pass auf, wir machen uns jetzt einen Zwiebelkuchen. Was sagst du jetzt? Zwiebelkuchen? Ja, jetzt bist du erschossen, wa? Das hab ich noch nie gehört. Naja, Zwiebeln sind schon mal dabei, so viel ist sicher. Und zu einem Kuchen gehört auch Teig. Philips Kreation besteht aus Ei- und Speisestärke. Wie ist das, warum hängt das so an meinen Fingern? Mach mir mal ein bisschen Mehl an den Finger. Ich denke mal, das hilft vielleicht. Ja. Da hat gar nichts gebracht. Ja. Der Teig ist so froh, dass ich ihn gemacht habe, der möchte gar nicht mehr von mir los. Du, wie ich auch. Und obendrauf lecker Sahne. Wenn die nur nicht so flüssig wäre. Guck mal hier. Weil du ein bisschen Mehl an der Sahne machst, wird die auch ein bisschen fester, sag ich mal. Na klar. Da lernt sogar unser Chefkoch noch was. Äh, bitte nicht nachmachen. Nach 20 Minuten im Ofen ist Philips Zwiebelkuchen fertig. Guck mal hier. Da haben wir das doch. Wie schmeckt Philips Kreation unserem Chefkoch? Prost. Ja, Prost. Alter. Also sind wir auf einem Stück Reifen rumweich. Du, ein Reifen, wa? Ist kurz nach dem Bremsen in aller Wahrscheinlichkeit eine appetitlichere als das Teil hier oder so, wa? Alter, schuldigung. Achim, bitte zeig uns, wie es richtig geht. Pass auf, wir machen mal heute das einfachste Rezept, also das ist von meiner Mutter. Das einfachste Zwiebelkuchenrezept, was das gibt auf der Welt. Dazu brauchen wir, wieder erwarten. Ja, eine Zwiebel, wa? Später. Ach so. Äh, ein Teig. Genau, fängt mit M an, hört mit E-L auf. Mehl. Super. Mehl mit Milch, Butter, Eiern und Hefe vermengen. Ordentlich durchkneten und eine halbe Stunde gehen lassen. Denk mal einfach zu. Und dann stellen wir ihn einfach hier rüber. Guck mal. Hast du schon gesagt, die Hauptzutat eines Zwiebelkuchen ist? Ja, die Zwiebel. Feuerfein. Wenn du jetzt so überlegst, was könnte da noch rankommen? Fleisch. In Form von? Schinken. Speck. Super. Speck geht immer. Achim nimmt Bauchspeck und Fettenspeck. Machen wir uns eine Royal. Möchtest du hier vier Eier rinnschlagen? Also jetzt noch drei? Willst du ganz kurz mal weiterschneiden? Ja, dann hab ich mir gedacht, dass du jetzt die Feld warst. Das Eieraufschlagen hat sich zu Philips absoluter Paradedisziplin gemausert. Dazu kommt Sahne. Zwiebel, Speck, was für ein Geruch. Jetzt kommt wieder der Hefeteig ins Spiel. Doch zunächst. Jetzt würde trotzdem alle Wahrscheinlichkeiten irgendwie anbacken. Deswegen nimmt man Semmelmehl. Und dann verteilt man das hier so ringsherum. So ein bisschen. Jetzt noch alles in die Form stapeln und ordentlich Käse drauf. Ach, das sieht doch aus, wa? Da müsste man eigentlich ein Foto von machen. Das ist gut, das ist echt gut. Geht die Feld hier, wa? Ja. So und jetzt kippen wir unser Royal vorsichtig hierin. Bleibt der denn nachher so flüssig? Das ist eine blöde Frage. Den könnte man ja gleich anschneiden, wa? Ja, ich frag nur. Das ist jetzt für mich Neuland. Ist Neuland, ja. Ab in den Hufen, komm. So. Ne. Zack. Flatsch. Und jetzt erst mal warten. Nach ungefähr einer halben Stunde schauen sich die beiden das Ergebnis an. So. Und jetzt pass auf, ich hab's nen Trick. Jetzt schüttelt man einfach mal so ein bisschen. Und jetzt siehst du, dass er innen drinne ist er noch nicht so. Er wackelt noch ein bisschen. Genau. Genau. Also ich sag mal noch 14 Minuten noch und dann haben wir eine Minute Zeit um rein zu kicken. Das ist ne Viertelstunde um, wa? Was sagst du? Passt. Passt. Mh, lecker. Das ist ne Viertelstunde. Allerlei. Darf ich dir ne Frage stellen? Ja. Wollen wir den Herd nicht anmachen? Achso, ja klar. Pff. Philips allerlei besteht hauptsächlich aus Hackfleisch und für die Farbe Paprika. Ja, man hat nen Balancierakt oder was? Oder gucken, wie sich das mit der Farbe wählt. Wenn du jetzt durchgucken kannst. Ja. So ne Zwiebel wird ja glasig. Ja. Das geht gleich demnächst mal gut. Zwiebeln glasig genug? Dann Zeit zum Anrichten. Jetzt kommt Food Design, Junge. Zack. Ja, jetzt haben wir meine gefüllten Zwiebeln. Saftig wie nichts anderes. Glasig wie die besten Brillen. Feurig wie das Feuer. Ist halt ne Zwiebel mit Hackfleisch, ne? Achim, hilf! Wir nehmen uns mal hier so ne Riesengemüsezwiebel, wa? Das Ding ist wirklich ein Orschi. Das ist ein Horst. Das ist ein Horst, ey. So. Eine Gemüsezwiebel kann bis zu eineinhalb Kilogramm wiegen. Wir schneiden einmal hier in der Mitte durch. Und jetzt, ey, kann man sich ne Jabel nehmen. Und jetzt geht man so ein bisschen hier rum. Oh, das ist aber ne Frickelarbeit, ey. Na gut, dafür schmeckt das aber gut. Man kann natürlich nicht versuchen, das hier so rauszudrücken. Hast du auch nicht genug Kraft? Soll ich das mal machen? Oha! Philipp, der Mann fürs Grobe! Ja, da kriegst du, wa? Ja. Oh. Ja, ich hab so viel Kraft. Ey, du bist ne Typ, ey. Jetzt hast du hier alles zerstört und ich soll jetzt richten, wa? Du hast da gerade eben auch schon mal reingeschnitten da. Ja, das war ja mit Absicht gewesen, du Heini. Aha. Aus der verunglückten Riesenzwiebel löst Achim die einzelnen Schichten heraus. Bereit zum Füllen. So, was kommt darin? Natürlich selbstverständlich Hackmasse. Hackmasse ist immer gut. Salz und Pfeffer dazu und wer hätte das gedacht? Zwiebeln. Jetzt kommt das Füllen. Halt mal rüber. Na, wie? Halt mal rüber. Jetzt. Schön vorsichtig, sonst ist das jetzt nachher wirklich noch kaputt. Aus einer Zwiebel hat Achim mal schnell sechs gemacht. Zwiebel drinnen, Zwiebel draußen. Wupp. Wunderbar. Und nun im Ofen für etwa 40 Minuten backen. Philipp, pass auf, du kriegst das beste Stück vom Glück. Und jetzt atme mal in den Vogel. Mhm. Ist das der Hammer? Ich schwöre dir, das ist Berlin in Flensburg. Richtig schön würzig, ey. Einfach nur der Hammer. So, du hast ja ernst viel über Zwiebeln gelernt. Was hast du gelernt? Wie man sie schält, wie man sie mit Hackfleisch macht, wie man sie in der Soße macht. Wie man, also alles eigentlich. Im Prinzip auch, wie man sie richtig macht. Wie man es richtig macht. Wenn du sagst, du hast was gelernt, dann kriegst du von mir deine Belohnung des heutigen Tages. Und zwar einen eleganten, äußerst interessanten Zwiebelzopf. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.